Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gehen wir mal wieder in das Programm Lumina 4. Dort gibt es ein Update auf die Lumina 4.1-Version. Aber darum soll es gar nicht so sehr gehen, sondern ich möchte dir heute mal zeigen, wie ich meine Landschaftsbilder in Lumina 4 bearbeite. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich hoffe, du wirst eine Menge lernen. Falls du Fragen hast, pack sie einfach unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn du mehr über Lumina erfahren möchtest, dann schau mal bei meinem Online-Store vorbei. Denn dort gibt es einen kompletten Videokurs über Lumina 4. Und ansonsten, falls du Lumina selber noch gar nicht besitzt, kannst du unten in der Videobeschreibung einfach mal auf den Link klicken. Dort gibt es eine 30-Tage-kostenlose Testversion. Aber du kannst auch, wenn du dir die Vollversion dann kaufst, 10 Euro sparen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit diesem Tutorial. Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Cevdesk. Wenn du mehr über Cevdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich bin jetzt im neuen Lumina 4.1 drin. Dieses Update kam vor ein paar Wochen raus. Ich habe damals kein Video dazu gemacht. Aber grundsätzlich gibt es da einige Verbesserungen. Zum einen hier in dem Sky Replacement Filter. Aber auch ein paar andere wichtige Updates und auch ein paar Performance-Verbesserungen. Von daher, falls du dir dieses Update noch nicht heruntergeladen hast, solltest du das auf jeden Fall nachholen. Für alle anderen, die Lumina 4 noch nicht besitzen, unten in der Videobeschreibung ist ein Link, wo ihr Lumina 4 bekommen könnt. Wenn ihr über diesen Link geht und zusätzlich den Code eingebt, der noch da drunter steht, dann könnt ihr nochmal 10 Euro sparen. Lohnt sich also auf jeden Fall. Und insgesamt ist Lumina 4 eine Version, ein Produkt, was man nur quasi einmal kauft. Also kein Abo-Modell. Also wer da Interesse daran hat, sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, wir werden also dieses Bild jetzt hier bearbeiten. Und das ist ein Foto, was ich in Patagonien, genauer gesagt in Chile, im Nationalpark Torres de Paine gemacht habe. Und da war ich Anfang des Jahres, habe ja eigentlich auch nur drei Tage, zweieinhalb Tage eigentlich nur dort Zeit gehabt, weil ich war eigentlich mit der Familie im Urlaub. Habe gesagt, ich werde nicht mehr ganz so viel fotografieren dieses Mal, sondern mich auch ein bisschen auf die Familie konzentrieren, auf meinen kleinen Neffen konzentrieren und so weiter. Aber ein paar Tage musste ich da doch mal fotografieren, als wir dann in diesem Nationalpark waren. Da musste die Kamera auf jeden Fall mit. Und dabei ist auch dieses Bild entstanden. Das ist hier bei einem Sonnenaufgang entstanden. Also hinter uns ist die Sonne aufgegangen und leuchtet hier dann die Berge schön an. Und wir haben im Vordergrund hier diese Seen, die sehr, sehr schön waren. Und man sieht aber natürlich auch, dass diese RAW-Datei hier noch sehr, sehr flau ist. Das heißt, wenn man im RAW-Format fotografiert, dann kommt man um eine Entwicklung des RAW-Formates sowieso nicht herum. Aber grundsätzlich kann man da auch noch einiges an den Kontrasten regeln und so weiter. Und genau das werden wir jetzt hier mal tun. Ich werde jetzt hier mal zeigen, wie ich in Lumina 4 meine Landschaftsfotos bearbeite. Und ich werde jetzt hier mal anfangen mit dem AI Enhancer Filter. Und in diesem AI Enhancer Filter haben wir verschiedene Regler drin. Zum einen den AI Enhancer Filter. Den kann ich jetzt mal nach oben drehen. Und dieser AI Enhancer Filter, der analysiert automatisch das Bild und gleicht die Helligkeiten an den Kontrast und auch so ein bisschen die Farbe. Und den kann man jetzt hier mal ein bisschen weiter nach oben drehen. Und du siehst schon, wie mit diesem einen Regler das Bild deutlich verbessert wird. Also der Himmel wird zum Beispiel ein bisschen abgedunkelt, der Vordergrund wird ein bisschen aufgehellt, sieht man sehr schön. Ja, wenn ich das jetzt hier auch mal richtig doll mache. Ich denke mal, ich packe es mal so auf ungefähr 50. Das sieht für mich schon ziemlich gut aus. Und dann gucken wir mal, was der AI Sky Enhancer noch bringt. Ja, der macht den Himmel noch mal ein bisschen dunkler, noch mal ein bisschen kräftiger. Passt für mich auch sehr, sehr gut. Gut, so den AI Enhancer Filter, den packen wir vielleicht noch ein Stück weiter nach oben, so auf 60. Und dann haben wir jetzt schon, wenn ich mal einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehe, aus einem sehr flauen RAW Bild ein schön entwickeltes Foto gemacht, muss man echt sagen. Also nur mit diesen beiden Bildern, aber es geht natürlich noch ein Stück weiter. Ich werde als nächstes mal hier in den AI Structure Filter gehen und hier kann ich die Stärke noch ein bisschen nach oben drehen. Und ja, hier auch Struktur mit ins Bild bringen. Natürlich, hier muss man aufpassen, wenn man es zu doll macht, gerade in so einem Landschaftsbild. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich packe die mal so auf Stärke 15 ungefähr. Das reicht mir an sich schon vollkommen aus. Und naja, vielleicht mache ich es sogar ein bisschen stärker. Und dafür werde ich das Ganze aber aus dem Himmel so ein bisschen rausnehmen. Also hier unten gefällt es mir richtig gut. Vorher-Nachher-Effekt. Ja, hier im unteren Bereich gefällt es mir gut. Hier im Himmel gefällt es mir nicht ganz so sehr. Deswegen werde ich jetzt hier mal Maske bearbeiten nehmen und einfach eine Verlaufsmaske hier aufziehen. Und dann entsprechend das Ganze... Von unten nach oben hier einmal aufziehen. Also unten möchte ich den Effekt haben, oben nicht. Und dadurch bleibt der Himmel jetzt immer im Endeffekt ausgespart. Man sieht es jetzt hier auch schön in dem kleinen Miniaturfenster hier, dass wir eine Maske jetzt haben, eine Verlaufsmaske von weiß nach schwarz. Und überall da, wo weiß ist, wird dieser Filter entsprechend angewandt. So, dann klicke ich hier auf Fertig. Gehe also aus dieser Maskenbearbeitung wieder heraus und werde als nächstes hier mal in den Landscape Enhancer gehen. Hier haben wir zum Beispiel den Regler Dunst entfernen. Wenn du vorher mit oder auch nach wie vor mit Lightroom arbeitest, dann kennst du den auch. Der hier kommt sehr, sehr gut auch wieder zur Geltung, weil wir hier auch schön jetzt noch so ein bisschen Farbigkeit mit ins Bild bekommen und so ein bisschen diese Sonnenaufgangsstimmung noch besser herausarbeiten können. Das gefällt mir also sehr, sehr gut. Und genauso hier goldene Stunde, den bringe ich mal auch noch so ein bisschen rein. Und du siehst, dass dieser goldene Stundenregler auch wieder so ein Filter ist, der ja so ein bisschen, also da wird das Bild so ein bisschen analysiert einfach. Da wird nicht einfach überall Gelb mit dazu gepackt, sondern da wird schon so ein bisschen geguckt, wo ist denn schon gelbe Farbe vorhanden und wo kann man die dann noch verbessern. Und ich denke mal hier auch so 20 Prozent ungefähr goldene Stunde noch mit rein. Und jetzt mal wieder der Vergleich. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Man ist schon hart an der Grenze. Jetzt würde ich sagen, dass das Bild zu farbig wird und zu viel Sättigung bekommt. Also wir müssen so ein bisschen aufpassen. Nicht zu doll machen. Ansonsten können wir jetzt hier auch jederzeit in die Farbe reingehen und zum Beispiel die Dynamik hier so ein bisschen rausnehmen. Die stelle ich jetzt mal so auf minus 8 und schon sieht das Ganze ein bisschen besser aus. So, jetzt kommen wir, ja, die Vignettierung, die lasse ich mal noch. Die mache ich vielleicht noch ein bisschen später. Aber ich gehe hier nochmal in den Helligkeitsfilter rein. Das ist eigentlich so der Standardfilter, wo man jetzt hier so eine Belichtung, Kontrast und so weiter hat, was man auch aus Leitung kennt. Intelligenter Kontrast packe ich noch ein bisschen mit dazu. Da stelle ich mal so auf 30 ungefähr, 30 Prozent. Und so ein kleines bisschen hell ich die Schatten hier noch auf, so plus 10. Und die Lichter bringe ich noch auf minus 10 herunter. Einfach um das Ganze noch so ein bisschen anzugleichen. Aber ich finde so insgesamt passt es so schon sehr, sehr gut. Okay. Was mich übrigens hier stört an dieser Wolke, ist dieser kleine Bereich hier. Da werden wir gleich mal gucken, ob wir die noch so ein bisschen rausbekommen. Ich werde jetzt aber insgesamt das Bild erstmal noch so ein bisschen bearbeiten. Und dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Okay, gehen wir mal in den Kreativordner hier rein. Und gucken mal, ob wir hier mit dem Mystisch-Regler noch so ein kleines... Also den packe ich immer nur so ein ganz bisschen. Ich zeige mal, was passiert, wenn man den Doll reinsetzt. Ja, dann wird das Ganze hier so sehr weich gezeichnet. Wenn ich das Ganze jetzt hier aber auf eine Stärke zwischen 5 und 7 Prozent stelle, dann kriege ich so einen ganz leichten Kick noch ins Bild, der mir sehr gut gefällt. Unter erweiterten Einstellungen kann ich jetzt hier auch noch die Glätte, die Sättigung und die Farbtemperatur einstellen. Farbtemperatur vielleicht so ein kleines bisschen nach oben. Und ein bisschen mehr Glätte. So 5 Prozent ungefähr. Das sieht gut aus. Jetzt fällt mir doch auf, dass das Bild hier unten, gerade in dem unteren Bereich, sehr, sehr hell ist. Was mich noch so ein bisschen stört. Deswegen werde ich jetzt hier mal in die Pro-Filter gehen und dann in den anpassbaren Verlauf. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, diesen anpassbaren Verlauf einzustellen. Ich kann jetzt hier also mal einstellen, wo mein Horizont ist. Den packe ich jetzt mal hier so hin. Und jetzt kann ich einmal den oberen Part bearbeiten und einmal den unteren Part bearbeiten. Ich möchte jetzt an der Stelle den unteren Part bearbeiten und da die Belichtung noch so ein kleines bisschen dunkler machen. Und jetzt muss ich doch sagen, ich will nicht unbedingt den Horizont hier an dieser Stelle an die richtige Stelle nehmen, sondern das hier so ein bisschen weiter nach unten packen, weil ich wirklich nur diesen unteren Bereich, den will ich noch so ein bisschen abdunkeln. Der See an sich passt eigentlich schon ganz gut so weit. Deswegen packen wir das hier so ein bisschen weiter nach unten. Und dann sieht das Ganze auch richtig gut aus. So, das passt auch. Jetzt gehe ich mal noch in den erweiterten Kontrast rein und werde jetzt hier mal den Mitteltonkontrast noch so ein bisschen anheben. Auch den Kontrast in den hellen Bildbereichen. Und jetzt kann ich hier nochmal auswählen, soll das eher ein bisschen heller werden oder eher ein bisschen dunkler. Ich bin eher für ein bisschen dunkler, damit wir hier die Details schön in den Wolken drin behalten. Schaut mal, das sieht richtig gut aus hier mit dem Himmel. Die Wolken hier wurden schön angestrahlt in diesem Moment. Und auch den Schattenkontrast können wir noch so ein bisschen anheben. Da werden die Schatten jetzt eher wieder ein bisschen heller. Deswegen ziehe ich diese Schattenbalance jetzt hier auch nochmal ein bisschen weiter nach rechts und dann wird das Ganze wieder ein bisschen dunkler. So, machen wir nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich. Da sind wir hergekommen. Das sieht wirklich sehr flau aus. Jetzt sind wir hier. Das sieht richtig gut aus. Ich muss sagen, es ist schon wieder ein bisschen überbearbeitet. Also wir können in die Farbe nochmal reingehen und hier die Dynamik noch ein Stück weiter zurücksetzen. Ich kann hier auch in die erweiterten Einstellungen nochmal reingehen und hier auch nochmal in die HSL-Tabelle reingehen. Die Grüntöne werde ich hier mal noch so ein bisschen bearbeiten. Die packe ich mal so ein kleines bisschen weiter Richtung links. Dann werden sie so ein bisschen Richtung Gelb gezogen. Aber die Sättigung kann dafür auch noch ein bisschen raus. Und auch die Luminanz. Die kann auch noch ein Stück weiter runter. Einfach um den Kontrast hier noch so ein bisschen zu verstärken und das hier alles noch ein bisschen abzudunkeln. Das gefällt mir gut. So, und dann würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal in den anpassbaren Verlauf reingehen, weil mir das hier unten immer noch zu hell ist. Deswegen werde ich jetzt die Belichtung hier noch ein bisschen weiter runter setzen. Hier nochmal die Ausrichtung nochmal ein bisschen korrigieren. Und das wirklich nur hier ganz unten in dem Bild mit drin haben. So. Ja, das sieht auch soweit schon mal richtig gut aus. Jetzt, wie gesagt, würde ich hier mal noch reingehen und versuchen, an dieser Wolke ein bisschen zu arbeiten. Genauso wie ich hier dieses kleine Verkehrsschild noch rausbekommen möchte. Also hier, das stört eigentlich nicht wirklich doll. Aber die Landschaft, glaube ich, sieht einfach noch viel, viel schöner aus, wenn dieses Verkehrsschild da nicht mit drin ist. Und von daher nehme ich das auf jeden Fall noch raus. Und dann werden wir natürlich unser Bild auch noch schärfen. So. Als erstes aber mal jetzt hier in die entsprechenden Werkzeuge rein. Ich möchte jetzt als erstes hier mal, gehe ich mal auf den Radierer. So. Und jetzt kann ich hier mit dem Radierer mal direkt einfach sagen, dass ich dieses Verkehrsschild hier rausradiert haben möchte. Dann male ich hier einfach so ein bisschen drüber. Und sage dann radieren. Und das Ganze wird wie von Geisterhand verschwinden. Zack. Und draußen ist es. Also dieses Radierwerkzeug, das gefällt mir in Luminar richtig gut, muss ich echt sagen. Das kommt wirklich an die Qualität von den Photoshop-Werkzeugen ran, die sowas dann auch automatisch rausnehmen. Also da muss ich echt sagen, da hat Skylam einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich nutze dieses Radieren-Werkzeug wirklich sehr, sehr gerne. So. Und jetzt kümmern wir uns hier noch um die Wolken. Und auch hier werde ich nochmal das Radieren-Werkzeug nehmen. Und auch hier probiere ich jetzt mal einfach drüber zu malen. Und ich schaue mal, was Luminar daraus macht. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier mal auf Radieren klicke. Na, hier hat es nicht ganz so gut funktioniert. Also das funktioniert nicht immer. Deswegen nehme ich diesen Schritt jetzt hier wieder zurück. und werde es mal anderweitig probieren. Oder ich mache jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen kleiner rüber. Mal schauen, was dann passiert. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Probieren wir es einfach mehrmals hintereinander. Wieder radieren. Ne, hier funktioniert es dann tatsächlich nicht mehr. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier nochmal zurücknehmen. Und aus diesem Werkzeug nochmal rausgehen. Und ich probiere es jetzt mal mit dem Klonstempel-Werkzeug. So, mit dem Klonstempel-Werkzeug kann ich jetzt hier also etwas aufnehmen. Und damit habe ich jetzt hier entsprechend meine Wolke so ein bisschen besser hinbekommen. So, zoomen wir nochmal aus dem Bild raus. Schauen es uns nochmal an. Da gefällt mir jetzt so wesentlich besser. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist tatsächlich eine kleine Vignettierung mit reinbringen. Aber wie gesagt, nicht stark. Vielleicht so minus 25%. Und damit haben wir jetzt hier unser fertiges Ergebnis. Also nochmal, das war das Vorjahr-Bild. Das ist das, was wir daraus gemacht haben. Ich finde, sieht richtig, richtig gut aus. Und das ist auf jeden Fall ein Bild, was man so direkt posten kann. Wie gesagt, wenn du Bock hast, Lumina 4 zu erlernen. Es gibt dazu auch einen Kurs, einen Videokurs auf meinem Online-Store. Da kannst du auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn du Bock darauf hast, das Programm von A bis Z kennenzulernen. Dann schau da mal vorbei und hol dir den Kurs. Und ansonsten, wenn du Lumina selber noch nicht hast, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal ein Link, wo du 10 Euro sparen kannst, wenn du dir Lumina 4 kaufen möchtest. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, wie gesagt, poste sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten nochmal die Erinnerung. Es gibt den Online-Videokurs zu Lumina 4 auf meinem Online-Store. Und es gibt natürlich auch unten in der Videobeschreibung den Link, wo du 10 Euro sparen kannst, wenn du dir Lumina 4 kaufen möchtest. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video dann hier an dieser Stelle wiedersehen werden. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Nochmal vielen Dank an Cevdesk für die Unterstützung dieses Videos. Cevdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke. Bis zum nächsten Mal.